Hannover Messe Hannover Messe ist die größte weltweite Messe der Industrie. Auf der Hannover Messe machen sich die internationale Entscheider und Fachleute der Industrie fit für den globalen Wettbewerb. Wettbewerb ist ein Kampf, wo jemand verlieren muss. Mit dem Leitthema »Integrierte Industrie« greift die Hannover Messe den aktuellen Trend der zunehmenden Vernetzung aller Bereiche der Industrie auf. Im Produktionsprozess teilen intelligente Werkstoffe die Maschinen künftig mit, wie sie bearbeitet werden sollen. Wartung oder Instandsetzung werden von den Bauteilen selbst initiiert. Dafür braucht man in Zukunft keine Menschen mehr oder viel, viel, viel weniger Menschen, als man sie heute hat. Perfekte Kommunikation zwischen den an den Fertigung beteiligten Systemen ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der Prozesse. Müssen wir dann noch mehr konsumieren? Die Schwerpunkte, die weltweite wichtigste Technologieplattform, liegen auf Industrieautomation. Damit kann man viele Arbeitsplätze abbauen. Für Eröffnung Hannover Messe 2013 durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wird auch russischer Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit 1947 findet jedes Frühjahr Industriemesse auf dem Messengelände Hannover statt. Kurz davor ist eine große Waffenindustriemesse in Stadt Nürnberg.